Ja, herzlich willkommen! Mein, ich glaube, 40. Clash of Clans Video. Aber ich glaube, darum geht es nicht, sondern ich will vor allen Dingen eine Ansage machen. Ich bin ja momentan im Clan Yono und wir haben verabredet, wir könnten ja mal einen Freundschaftskrieg machen, was total angenehm ist. Und zwar hängt hinter dem Clan Yono der YouTube-Kanal Vato Gaming und am Freitag um 15 Uhr streamen wir zusammen und machen einen Freundschaftskrieg. Und um das zu machen, wechsle ich jetzt mal den Clan, verlasse also hier, sit, und trete bei, ich glaube, ich habe sogar ein Lesezeichen, meinem Streaming-Clan, dem möchte ich jetzt gerne beitreten. Dafür muss ich jetzt mal schnell mich hier reinlassen. Und dann zeige ich euch und blende euch mal ganz unbedingt ein den Clan. Moment, Moment, lädt. Witzig, lädt und lädt und lädt. Dann können wir mal gucken, hier, meine Zauberfabrik ist in Arbeit. Ich bin mal Level 5 mit der Zauberfabrik, das ist toll. Mein dunkler Bohrer ist in Arbeit. Das ist toll. Das freut mich beides natürlich ganz extrem sehr. So, ich bin angenommen. Glotz-O-Fun. So sieht er aus. Das ist der Clan, der Clan-Code. Den müssen wir füllen. Wir brauchen ein paar Leute für Freundschaftskrieg gegen Vato Gaming, gegen den Clan Jono. Am Freitag 15 Uhr ist Streamstart und in dem Stream wird dieser Freundschaftskrieg stattfinden. Was natürlich sehr, sehr spannend ist. Und das heißt, ja, es braucht halt einfach Mitspieler. Und deswegen werde ich heute natürlich dann auch aus diesem Clan heraus streamen und schon mal ein paar Leute einsammeln und ein paar Hexen einsetzen. Denn es ist ja Halloween-Spezial und so weiter. Das wird natürlich schon Spaß machen. Aber am Freitag das kleine Special. Und hier ist der Clan-Code. Und bis dann, kommt vorbei, lasst uns zusammen gewinnen. Ciao, ciao.